Willkommen zurück zu The Division und zu einem weiteren Guide und heute wird es um den Predator gehen und ich werde euch zeigen, wie ich das Ganze gerollt habe, was für Mods ich benutze, was für Waffen und was für Skills und am Ende gibt es dann auch noch Gameplay-Material, also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr werdet sehen, dass man mit dem Predator eine unglaublich starke Blutung auf Gegner setzen kann. Und bevor wir jetzt loslegen, noch eine Kleinigkeit, ich habe am vergangenen Freitag 10.000 Abonnenten auf YouTube geknackt und dafür gibt es dann am 28., das ist der nächste Donnerstag, einen Giveaway-Stream auf Twitch. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, da werde ich so das ein oder andere raushauen, werde ich euch schenken als kleines Dankeschön für die 10.000 Abos. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Predator. Als erstes schauen wir uns mal hier die Basiswerte an, also Schusswaffen habe ich 4.157 und Ausdauer habe ich 9.065 Ausdauer und bei der Elektronik habe ich nur 2.961 und komme damit auf eine Fertigkeitenstärke von 95.398. An den Werten könnt ihr euch ein bisschen orientieren, ganz wichtig ist aber, dass ihr hier auf jeden Fall die 9.000 Ausdauer knackt. Warum, das werden wir uns dann noch später anschauen bei den Boni von dem Predator-Set. Jetzt gucken wir erstmal hier in die Charakterwerte und zwar habe ich hier kritische Treffer-Chance 21,5%. Ich habe kritischen Treffer-Schaden 116% und ich habe Kopfschuss-Schaden 107%. Scrollen wir nochmal ein Stückchen runter, denn hier gibt es noch Werte, die auch interessant sind. Und zwar habe ich hier Elite-Schaden 28%, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen pushen, komme ich aber noch drauf zu sprechen, wie ich das vorhabe. Und dann haben wir hier nochmal gegnerischen Rüstungsschaden 60%. Bei den Überlebensfähigkeiten, da schaut es bei mir so aus, dass ich fast 400.000 Lebenspunkte habe, ganz klar mit so viel Ausdauer, da kommt man natürlich hier sehr hoch bei den Lebenspunkten. Und bei der Rüstung habe ich 33,47% Schadensdämpfung. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal die Rüstungsteile an. Den Predator-Bild, wie ich ihn euch hier vorstelle, der ist natürlich für das PvE-Gruppenspiel ausgelegt. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch solo benutzen oder eben in der Dark Zone. Und auf die Unterschiede, da werde ich dann im Einzelnen noch eingehen. Jetzt gucken wir uns erstmal hier den Harnisch an. Und natürlich habe ich hier Ausdauer draufgerollt, ganz klar, irgendwie muss man ja auf die 9.000 Ausdauer kommen. Dann habe ich hier oben nochmal Lebenspunkte, gegnerischen Rüstungsschaden, ganz, ganz wichtig, und Munitionskapazität draufgerollt. Man könnte jetzt hergehen und könnte sagen, ey, Lebenspunkte brauche ich nicht unbedingt, weil mit einem Lebenspool von fast 400.000 Lebenspunkten, da brauche ich nicht unbedingt Lebenspunkte nochmal als hohes Attribut. Da könnte man dann auch hergehen und könnte je nachdem auf Fertigkeiten Eile setzen, je nachdem wie man spielt, wäre vielleicht gar nicht so schlecht für die Dark Zone. Man könnte hergehen, könnte sagen, ich will Live on Kill fürs Solo-Play, oder man könnte sagen, ich will exotische Schadensminderung. Das könnte man alles hier oben raufrollen. Kommt drauf an, wo und wie ihr den Predator einsetzen wollt. Ich in meinem Fall musste hier leider den gegnerischen Rüstungsschaden und die Munitionskapazität draufrollen. Deswegen ist hier weiterhin Lebenspunkte beim hohen Attribut drauf. Und bei den Mods schaut es bei mir wie folgt aus. Ich habe hier Mods drauf mit Ausdauer und kritischer Trafagence. Warum habe ich die genommen? Ganz klar deshalb. Zum einen muss ich meine Ausdauer pushen und zum anderen möchte ich möglichst häufig kritten. Und der Grund dafür ist, dass ich einfach damit eine höhere Blutung setzen kann. Und würde man das Ganze jetzt im Solo-Spiel benutzen, könnte man hier auch auf jeden Fall, anstatt die kritische Trafagence, Fertigkeiten Stärke draufrollen. Wäre auch eine vernünftige Sache, denn dann heilt ihr euch stärker. Und im PvP könnte man hier auch wiederum Fertigkeiten Eile einsetzen, damit man schneller seinen Heal-Ready hat. Jetzt gucken wir nochmal weiter in das nächste Rüstungsteil und schauen uns da die Werte an. Das nächste Teil, was wir uns anschauen, ist die Maske vom Predator. Und ganz klar, im hohen Attribut ist hier gegnerischer Rüstungsschaden drauf. Und im geringen Attribut habe ich hier Elite-Schaden drauf. Ganz wichtige Werte fürs PvE. Und solltet ihr auch so übernehmen. Wenn ihr jetzt allerdings in der Dark Zone unterwegs seid, da würde ich das hohe Attribut austauschen gegen Fertigkeiten stärker. Warum würde ich das Ganze so machen? Ganz klar, weil damit dann natürlich auch der Heal stärker wird. Und beim geringen Attribut, da würde ich eben einen Widerstand reinnehmen. Zum Beispiel Blind- und Hauptwiderstand oder Blutungswiderstand oder was auch immer bei der Maske hier möglich ist. Als nächstes schauen wir uns die Knie vom Predator an, wie ihr sehen könnt. Und ich habe hier bei den Knien Schusswaffen draufgerollt. Und diesen Schusswaffenwert, den werde ich auf jeden Fall ändern. Und zwar werde ich zusehen, dass ich das Ganze in Ausdauer ändere, sobald es Lillen-Mods mit Schusswaffen und 4% Schaden gegen Elite gibt. Denn mit diesen 4% Schaden gegen Elite kann ich mir insgesamt 20% zusätzlichen Schaden gegen Elite rausholen. Und das bringt viel mehr, als mir diese Mods bringen mit Ausdauer und kritischer Trefferchance. Oder eben mehr, als ich hier an Schusswaffenwert verliere. Das Ganze wird eine knappe Sache, denn wir versuchen ja weiterhin an die 3.900 Schusswaffen zu kommen, damit eben auch die Waffentalente freigeschaltet sind. Wenn die Mods also entsprechend gut sind, dann schafft man das gerade so und verliert nicht allzu viel hier an Schusswaffenwert. Gut, schauen wir mal weiter. Wir haben hier im hohen Attribut noch kritische Treffer Schaden drauf. Würde ich auch auf jeden Fall drin lassen, auch im PvP. Denn man versucht im PvP natürlich möglichst viel kritische Trefferchance und kritischen Treffer Schaden mitzunehmen. Ganz klar, da ist es nicht so wichtig, dass ich Rüstungsschaden dabei habe. Und im geringen Attribut habe ich für das PvE natürlich wieder den Elite-Schaden drin. Ganz wichtige Sachen. Im PvP würde ich hier natürlich wieder einen Widerstand mitnehmen. Beim Rucksack vom Predator habe ich hier natürlich wieder Ausdauer draufgerollt. Ich habe im hohen Attribut kritische Treffer Schaden drauf. Und im geringen Attribut habe ich mehr Munitionskapazität draufgerollt. Will ich das Ganze für das PvP einsetzen, dann könnte man hier natürlich hergehen und könnte natürlich wieder Fertigkeiten, Stärke draufrollen. So wie man das bei den Knien natürlich auch kann. Dann gucken wir nochmal runter, würde ich sagen, und zwar auf die Mods, die ich hier drin habe. Und zwar habe ich als erstes mal hier wieder Ausdauer und kritische Treffer Chance drauf. Und bei den Leistungsmods habe ich Sucherminn-Explosionsradius. Und warum? Darauf werde ich noch eingehen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Teil an. Und jetzt sind wir hier bei den Handschuhen angekommen. Und ihr seht, im hohen Attribut habe ich Sturmgewehrschaden. Ganz klar, weil ich mit zwei Sturmgewehren spiele. Dann habe ich hier natürlich nochmal gegnerischen Rüstungsschaden. Und ich habe kritische Treffer Chance mitgenommen. Im PvP würde ich das Ganze hier, was den gegnerischen Rüstungsschaden angeht, wegrollen. Und würde dafür dann viel lieber kritischer Treffer Schaden mitnehmen. Ich würde hier ehrlich gesagt keine Fertigkeiteneile drauf nehmen. Denn das, was man an Fertigkeiten Stärke bekommt, ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, als dass man hier mit einem Fertigkeiteneile-Bild spielen könnte. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen schaut zu, dass er lieber mehr Schaden macht und einen einigermaßen vernünftigen Self-Heal hat im PvP. Zudem spielt er das normalerweise in einer Gruppe. Und da hat man ja auch nochmal einen Healer dabei. Also von daher, ich würde hier für das PvP kritischer Treffer Schaden mitnehmen. Und für das PvE würde ich hier auf jeden Fall Rüstungsschaden mitnehmen. Jetzt sind wir hier beim Holster angekommen und wir schauen uns direkt mal das hohe Attribut an. Ich habe hier kritische Treffer Chance drauf gerollt. Im PvE ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Im PvP müsst ihr mal schauen, ob ihr nicht vielleicht lieber Nachladetempo haben wollt. Ich persönlich würde auf jeden Fall kritische Treffer Chance mitnehmen. Aber vielleicht ist dem einen oder anderen Nachladetempo lieber. Ich würde, wie gesagt, keine Fertigkeiteneile unbedingt mitnehmen. Und ich würde auch ehrlich gesagt hier keine Lebenspunkte mitnehmen. Denn die Lebenspunkte, die ich da habe, das ist eigentlich ein Witz. Im Vergleich zu dem, was ich ja sowieso schon über die 9000 Ausdauer mitbringe. Jetzt schauen wir uns natürlich noch die Boni an, die der Predator mitbringt. Und zwar im Zweierbonus bekomme ich plus 10% Nachladetempo. Im Dreierbonus bekomme ich jeweils 8% Sturmgewehrschaden und MP-Schaden. Im Viererbonus ist es eben so, dass wenn ich ein Ziel 10 mal treffe, ohne ein anderes Ziel zu treffen, dann bekomme ich eben eine Blutung von 50% des bereits angerichteten Schadens. Es macht in dem Fall nichts, wenn er nebendran schießt. Ihr dürft eben nur kein anderes Ziel treffen. Ansonsten haben wir im Fünferbonus nochmal Nachladetempo von 10% und nochmal jeweils 8% Sturmgewehrschaden und MP-Schaden. Und im Sechserbonus wird es jetzt richtig spannend, denn da haben wir zum einen Mal nochmal beschrieben den Viererbonus mit den 50% Blutung. Des Weiteren ist es so, mit dem Predator ignorieren wir jetzt sämtliche Blutungswiderstände und wir bekommen je 3000 Ausdauer 15% mehr von diesem Blutungsschaden hinzu. Wenn ich jetzt 9000 Ausdauer erreicht habe, dann bekomme ich nochmal zusätzlich 120% Blutungsschaden hinzu und das macht dann letzten Endes die Blutung vom Predator so extrem stark. Und deswegen sollte man auf jeden Fall auch schauen, dass man hier die 9000 Ausdauer rausholt. Bevor wir hier auf die Fertigkeiten und Talente eingehen, schauen wir erstmal nochmal nach den Waffen. Und zwar spiele ich hier mit zwei Sturmgewehren, zum einen mit der verbesserten ACRE und zum anderen mit der Urban MDR. Warum die verbesserte ACRE? Ganz klar, weil es für mich die beste Waffe im PvE ist, denn sie ist unglaublich stabil und bietet einen guten Kompromiss aus Schussfrequenz und Grundschaden. Beim Predator-Set könnte man natürlich auch hergehen und könnte eine AK reinnehmen, weil die einen höheren Base-Schaden hat und dadurch erzeugt man natürlich eine höhere Blutung. Allerdings muss ich sagen, ich bin mit der verbesserten ACRE wirklich sehr zufrieden, denn sie ist halt auch unglaublich stabil und wie gesagt, gegen geringere Ziele brauche ich eigentlich keine stärkere Blutung, denn die fallen sowieso wie die Fliegen. Zum anderen habe ich gesagt, spiele ich mit der Urban MDR. Warum mit der Urban MDR? Weil ich mit der Urban MDR natürlich nicht gegen kleine Ziele vorgehe, sondern gegen dicke Ziele, wie zum Beispiel den dicken Cleaner, den dicken Rikers und so weiter oder eben auch gegen Bosse. An der Stelle, wenn ihr unterwegs seid in Incursions, könntet ihr hier natürlich auch einen Sniper reinnehmen, denn wenn ihr zehnmal einen Boss mit der Sniper trefft beim Predator-Set, dann erzeugt ihr eine unglaubliche Blutung. Da werde ich vielleicht mal irgendwann bei Gelegenheit ein kleines Video zumachen, wenn ich die Gelegenheit habe, euch das auch vernünftig zu zeigen. Hier am Ende des Videos gibt es dann aber erstmal Gameplay, wo ich hier mit der Urban MDR Blutung auf dicke Ziele erzeuge. Gut, jetzt würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz rein in die Talente, die ich hier mitnehme und zwar haben wir hier zerstörerisch und tödlich und natürlich das Urban MDR Talent ist ganz klar und zwar abgelenkt. Das erzeugt eben mehr Schaden und zwar 18% und dann habe ich hier unten natürlich noch meine Mods. Ich habe hier Magazingröße mitgenommen, kritische Treffer-Chance, kritische Treffer-Schaden. Ich habe beim Scope auch wieder kritische Treffer-Schaden, Kopfschuss-Schaden, kritische Treffer-Chance. Bei der Mündung ist es im Grunde genau das Gleiche und beim Griff habe ich hier natürlich auch wieder kritischer Treffer-Schaden drauf. Und was hier unten die Werte angeht, wie optimale Reichweite und Stabilität, da müsst ihr einfach mal selber schauen, was ihr hier ganz gut gebrauchen könnt. Bei der verbesserten ACRE habe ich hier drauf zerstörerisch, tödlich und natürlich bösartig, weil ich gegen Elite-Gegner wie zum Beispiel Bosse natürlich den maximalen Schaden rausholen will. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir als nächstes mal nach den Fertigkeiten und Talenten. Das erste, was wir uns bei den Talenten anschauen werden, ist der Medizinflügel und zwar haben wir hier auf jeden Fall im Gruppenspiel drin Triage. Dann eine ganz wichtige Sache im Gruppenspiel ist Feldsanitäter, denn hier heilt ihr eure Teammates um 40% mit und zwar im Umkreis von 20 Meter. Wenn ihr ein Medipack benutzt und nicht nur eure Teammates werden mitgeheilt, sondern auch die Helfer, das bedeutet zum Beispiel der Schild vom Tank oder das Geschütz oder die Heilbox und so weiter. Das wird alles eben um 40% mitgeheilt, deswegen ganz wichtige Sache Feldsanitäter. Und dann absolut unerlässlich, wenn ihr mit Predator spielt, ist Schrapnel, denn Schrapnel macht folgendes, wenn ihr ein Ziel zum Bluten bringt, dann besteht die Chance zu 30%, dass ihr alle Ziele im Umkreis von 10 Metern mitbluten lasst. Und das bedeutet unterm Strich, wenn ihr ein Ziel mit einer Million von mir aus zum Bluten bringt, dann kann es eben sein, dass alle anderen Ziele im Umkreis von 10 Meter eben auch um eine Million mitbluten. Also ganz ganz wichtige Sache, damit könnt ihr wirklich viel Schaden rausholen. Dann haben wir hier beim Sicherheitsflügel nochmal eine ist keine drin, benutze ich sehr gerne im Gruppenspiel, weil ich doch relativ viel bei den Mobs auf den Kopf schieße. Von daher ist es eine wichtige Sache. Wenn ihr alleine unterwegs seid, da braucht ihr natürlich kein Triage, da würde ich in der Bewegung mitnehmen, denn da habt ihr nochmal Schadenswiderstand, wenn ihr ein Ziel zur Strecke bringt. Und da braucht ihr auch keinen Feldsanitäter, da würde ich dann zum Beispiel Präzision mitnehmen. Wenn ihr in der Dark Zone unterwegs seid, dann würde ich in der Gruppe natürlich auf jeden Fall Triage drin lassen, auf jeden Fall Feldsanitäter drin lassen, auf jeden Fall Schrapnel drin lassen. Und ich würde eine ist keine rausnehmen und würde dafür Rettungsmedizin reinnehmen, denn da bekommt ihr nochmal bei niedrigen Lebenspunkten, wenn ihr ein Medipack benutzt, eben nochmal 20% Schadenswiderstand für 10 Sekunden. Und als nächstes schauen wir uns jetzt die Fertigkeiten an. Bei den Fertigkeiten macht auch der Medizinflügel den Anfang und zwar habe ich hier als erstes mal drin die Doping Spritze, benutze ich eigentlich immer im Gruppenspiel, denn sie sorgt dafür, dass ich mehr Schaden mache und ich bekomme nochmal einen Schadenswiderstand. Die Heilung mit nicht ganz 50.000 ist jetzt natürlich nicht unbedingt üppig, ich habe ja auch nicht besonders viel Fertigkeitenstärke. Im Solospiel würde ich jedoch immer die Überdosis mit reinnehmen, denn ich bekomme hier 80.000 Lebenspunkte und zudem sorgt die Überdosis dafür, dass ich einen Overheal erzeugen kann, was schon mal eine ganz gute Sache ist. Dann habe ich im Solospiel natürlich immer den Erholungslink drin, denn wenn ich doch mal zu Boden gehen sollte, dann sorgt eben der Erholungslink für ein Extraleben. Und im Gruppenspiel habe ich hier immer die Luftdetonationsmine. Warum? Ganz klar deshalb, weil ich mit der Luftdetonationsmine einen Flammenteppich erzeuge. Diesen möchte ich auch möglichst groß haben. Ganz klar deshalb, weil dann möglichst viele Ziele erstmal eben unter Crowd Control stehen. Das heißt also, die werden in ihrer Bewegung beeinträchtigt. Zum anderen ist es eben so, dass ich mit der Urban MDR auf brennende Ziele 18% mehr Schaden mache. Und von daher ist es eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Die Luftdetonationsmine, äh Quatsch, die Gasladung, die benutze ich nicht so gerne, weil sie eben keinen Extraschaden erzeugt. Die Luftdetonationsmine aber schon. Was ihr auf keinen Fall nehmen solltet, wäre hier die Multimine. Denn die Multimine erzeugt Blutung. Und wenn die Ziele schon bluten, dann könnt ihr eben keine Stacks vom Predator aufbauen, um die Ziele zum Bluten zu bringen. Also ganz wichtig ist hier, wie gesagt, keine Multimine. Mir ist am liebsten die Luftdetonationsmine. Es würde aber auch die Gasladung funktionieren. Macht meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil eben sie keinen Schaden erzeugt. Wenn ihr alleine unterwegs seid, würde ich euch immer das Flammenturret empfehlen. Stellt das Ding in eurer Nähe ab. Wenn euch ein Gegner umläuft, dann nimmt das Turret den Gegner unter Beschuss. Da kommt es nicht so sehr darauf an, wie viel Schaden das Flammenturret macht. Sondern es kommt einfach darauf an, dass das Ziel einfach unter Beschuss genommen wird. Und somit werdet ihr gewarnt. In der Dark Zone müsst ihr mal gucken, in eurem Gruppensetup, was er da am besten reinnimmt. Ob es vielleicht ein Schockturret ist oder ob es vielleicht hier eine EMP-Stickybomb ist oder irgendwas anderes. Da müsst ihr euch eben mit euren Leuten absprechen. Wie ihr sehen könnt, stehe ich hier im Drachenhort. Und ich habe das Ganze auf Heldenhaft eingestellt. Und ich habe die Luftdetonationsmine rausgenommen und dafür einen Scan reingenommen. Weil mir die Luftdetonationsmine hier jetzt nicht so viel bringen würde. Normalerweise hat man auch immer in einer Gruppe jemanden dabei, der einen Scan mitnimmt. Der ist natürlich dann viel stärker wie der Scan, den ich hier zu bieten habe. Aber hier für den kleinen Testlauf mag das uns mal so genügen. Jetzt würde ich sagen, werde ich das Ganze hier starten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir bei einem der dicken Cleaner angekommen sind. Denn genau wegen denen sind wir ja hier. Auf der rechten Seite sieht man schon einen dicken auf uns zulaufen. Und da ist noch ein Mob, den möchte ich ganz kurz... Jawohl, jetzt ist er weg. Und ich lade mal nach, haue jetzt den Scan raus und werde ein Wasser trinken und mir den Booster-Shot reinhauen. Jetzt hoffe ich mal, ich gritte den gut. Denn ich möchte natürlich, dass die Blutung so hoch wie möglich ausfällt. Jetzt müsste er eigentlich gleich bluten. Und schauen wir mal. Okay, über 1,5 Millionen Blutungen. Ich glaube, fast 1,6 Millionen Blutungen haben wir hier zustande gebracht. Und das mit einem Tick. Ihr habt es gerade eben selbst gesehen, über 1,5 Millionen Blutungen. Das ist schon ein schierer Wahnsinn, was man hier mit dem Predator-Set anrichten kann. Ansonsten habe ich bedauerlicherweise ein, zweimal zu oft auf den Gegner geschossen. Deswegen ist er auch direkt aus den Latschen gekippt, als die Blutung auf ihm getickt hat. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende des Guides angekommen. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ich würde mich über ein Like freuen. Und wenn ihr Fragen habt, haut es mir unbedingt rein in die Kommentare. Ich antworte eigentlich immer. Und dann gibt es am Ende des Videos nochmal ein weiteres Video, was euch noch ein bisschen besser über die Division informiert. Und dann bis demnächst. Euer Lataan. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020